Wir sind jetzt hier an der Pferderennbahn in Dubai und hier ist jetzt das Buffet aufgebaut, wo normalerweise die ganzen Bommies hier sitzen und dann hier den Blick auf die Rettbahn aufmachen können. Hier ist das Buffet ganz voll aufgebaut. Und wenn man hier rauskommt, sieht man die Pferderennbahn, wo die ganzen großen Rennen der Welt stattfinden. Hier ist die Pferderennbahn.